Auf die Abgeordneten der Union wartet zur Fraktionssitzung eine kleine Überraschung. Ein halber Liter Milch für jeden, gekauft bei einer Molkerei, die die Bauern mit 40 Cent pro Liter fair bezahlt. Eine Aktion der AG Landwirtschaft. Wir wollen deutlich machen, dass sich die Landwirtschaft in einem Überlebenskampf befindet, insbesondere zur Zeit die Milchviehhalter und die Ferkelerzeuger. Es drohen ganze Strukturbrüche und damit würde unser ländlicher Raum ja sein Herz und sein Gesicht verlieren. Deshalb muss und soll auch geholfen werden. Die Agrarpolitiker der Unionsfraktion haben hierfür ein ganzes Maßnahmenbündel geschnürt. Also wir geben der gesamten Branche, der gesamten Milchbranche ein Instrument zur Verfügung, in dem sie selbst ihre Mengen besprechen und reduzieren können. Zweitens helfen wir den Bauern mit Liquidität. Es brennt dort, wir müssen schnell helfen, sie brauchen Liquidität. Und drittens, nach vorne gerichtet, wollen wir ihnen Steuererleichterungen zukommen lassen, damit sie die Kredite auch besser wieder zurückzahlen können. Das sind 228eruser, nach vorne gerichtet, wollen wir sie sollen gegen die Kredite 모�arde sein. Bedankt! Fourthiste Zeitung... Nächster